Kapitel 2 Wie haben sich die Ideen der italienischen Renaissance in ganz Europa verbreitet? Wie begannen sich die Ideen der Renaissance zu verbreiten? Die Ideen der Renaissance, die in Italien, dem Zentrum der frühen Renaissance, entstanden waren, breiteten sich allmählich in ganz Westeuropa aus. Gelehrte und Künstler reisten von überall in die italienischen Stadtstaaten, um zu studieren und Ideen auszutauschen. Mit diesen neuen Ideen kehrten sie in ihre Heimat zurück, dort wurden sie derart geändert, dass sie zu der jeweiligen Gesellschaft passten. Künstler entwickelten neue Methoden, die danach von anderen Künstlern übernommen wurden. Die Ideen der Philosophen und Schriftsteller deuteten auf ein verändertes Weltbild hin. Wissenschaftler begannen wissenschaftliche Beobachtungen zu benutzen und Mathematiker setzten ihre Kenntnisse im alltäglichen Leben ein. Der ständige Kontakt mit Europa und der Ideenaustausch zwischen der italienischen Renaissance-Gesellschaft und der europäischen, ermöglichte die Verbreitung dieser neuen Ideen über den ganzen Kontinent. Wo und wie hat sich die Renaissance verbreitet? Wie hat der Humanismus das Weltbild der Renaissance beeinflusst? Wie haben Gelehrte und Philosophen die humanistischen Ideen verbreitet? Wie haben Künstler die Ideen der Renaissance verbreitet? Wie haben sich Ideen unter Wissenschaftlern und Mathematikern verbreitet? Wie haben Schriftsteller das Weltbild der Renaissance beeinflusst? Wie haben die Ideen der Renaissance die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme verändert? Fokus auf Forschung. Wie haben einzelne Menschen das Weltbild der Renaissance reflektiert und beeinflusst? Untersuchung zum Thema Weltbild Das Weltbild der Kanadier wurde von kanadischen Bürgern beeinflusst, die neue Ideen hatten oder mit ihrem neu erlangten Wissen die Gesellschaft beeinflusst haben. George Etienne Cartier und John A. MacDonald haben unsere Meinung über politische Zusammenarbeit geändert. Nellie McClung hat unsere Meinung über das Wahlrecht der Frauen geändert. Tommy Douglas hat unsere Meinung über das Gesundheitswesen geändert. Douglas Cardinal hat unsere Meinung über Architektur geändert. Pierre Elliott Trudeau hat mit der kanadischen Verfassung unserer Gesellschaft verändert. Alexander Graham Bell hat die Gesellschaft mit der Erfindung des Telefons verändert. Emily Carr, Norval Morisseau, Paul, Émile Bordeaux und viele andere Künstler haben unsere Identität beeinflusst. Susanne Agloukark, Red Nation und viele andere Musiker haben unsere Identität beeinflusst. Errichtet in eurer Klasse eine und emp, quad, hall of fame und emp, quad. Untersucht dabei, welche Kanadier unser Weltbild beeinflusst haben. Ihr könnt alleine oder zu zweit an dieser Ausstellung arbeiten. Wählt einen kanadischen Bürger, der etwas Bedeutendes zu unserer Gesellschaft beigetragen hat. Wählt jetzt ein Format, eine Biografie, ein Poster, eine Museumsausstellung oder Sonstiges. Alle eure Beiträge werden ausgestellt. Diese Untersuchung zeigt, dass einzelne Menschen das kanadische Weltbild beeinflusst haben. In diesem Kapitel wirst du erfahren, wie Menschen der Renaissance das Weltbild der damaligen Zeit beeinflusst haben. Streifzug durch eine Galerie Denk an ein Museum oder an eine Kunstgalerie. Menschen stehen in kleinen Gruppen vor einem Artefakt und lesen oder diskutieren darüber. Ein Streifzug durch die Galerie in eurer Klasse ermöglicht euch eure eigenen Ausstellungsobjekte zu untersuchen. Arbeitet gemeinsam als Klasse an dieser Ausstellung und unternehmt danach einen Streifzug durch eure Galerie. Wählt zuerst ein Thema für die Galerie. In eurem Fall wird es ein Kanadier sein, der unsere Gesellschaft oder unser Weltbild beeinflusst hat. Jede Gruppe erarbeitet ein Ausstellungsobjekt über einen berühmten Kanadier. Viel Spaß bei eurem Streifzug. Ihr könnt Fragen, Notizen oder Kommentare aufschreiben. Nach dem Streifzug teilt eure Kommentare und diskutiert über den Erfolg der Galerie. Das Kanadische Museum für Zivilisation, Douglas Cardinal, Architekt Douglas Cardinal, dessen Vorfahren Metis und Blackford waren, ist bekannt durch seine fließende, kurvenreiche Architektur. Kompetenzbereich Schau im Kompetenzbereich unter und AMP, Quad, How to Communicate Ideas and Information und AMP, Quad, nach, um weitere Anleitungen für diese Arbeit zu finden. Wo und wie hat sich die Renaissance verbreitet? Gegen Ende des 15. Jahrhundert verbreiteten sich die Ideen der Renaissance allmählich von Italien nach Nord- und Westeuropa. Obwohl die Renaissance in diesen Teilen Europas später als in Italien auftauchte, waren ihre Auswirkungen genauso wichtig. Während sich diese Ideen über die Grenzen Italiens hinaus ausbreiteten, wurden sie verändert und so den jeweiligen Gesellschaften angepasst. Warum haben sich Ideen so langsam verbreitet? Es gab viele Gründe, warum sich die Ideen der Renaissance erst gegen Ende des 15. Jahrhundert über die Grenzen Italiens ausbreiteten. Feudalismus Weil die Länder außerhalb Italiens fruchtbaren Boden hatten, der eine landwirtschaftliche Gesellschaft begünstigte, war der Feudalismus hier mehr verwurzelt als in Italien. Das starre Regierungs- und Gesellschaftssystem des Feudalismus war neuen Ideen gegenüber nicht aufgeschlossen. Zwischen den Adligen als Eigentümer der Lehensgüter und den Monarchen, die das Land regierten, bestand ein gespanntes Verhältnis. Ehrgeizige Adlige wollten die Macht der Monarchen schwächen. Während des 100-jährigen Krieges, 1337 bis 1453, zwischen Frankreich und England, kämpften französische und englische Adlige gemeinsam gegen den französischen König. Die Monarchen versuchten sowohl ihre eigene Macht zu schützen und zu vergrößern als auch die Kontrolle über die Adligen und deren Besitz zu behalten. Solange das Feudalsystem existierte, beschäftigte sich niemand mit neuen Ideen. Geografische Karte Westeuropas Die Geografie hatte auch einen Einfluss auf die Verbreitung der Renaissance. Schau dir die Europakarte aus der Zeit an. Welche geografischen Hürden könnten das Reisen und die Kommunikation erschweren? Vergleiche diese Karte jetzt mit einer politischen Landkarte Europas aus einem Atlas. Ist dir aufgefallen, dass die Berge und Flüsse manchmal mit den Landesgrenzen übereinstimmen? Was könnte der Grund dafür sein? Krieg Auch Krieg hat die Verbreitung der Renaissance-Ideen verhindert. Während des 15. Jahrhundert waren viele nordeuropäischen Staaten in Kriege verwickelt. Deutschland, die Niederlande, England und Frankreich. Diese Länder haben ihre Ressourcen für militärische Zwecke, zum Überleben oder für Expansion eingesetzt, und nicht auf dem Gebiet der Kunst oder der Wissenschaft. In den Krisenregionen war das Reisen außerdem eingeschränkt. Religion Die römisch-katholische Kirche spielte eine wichtige Rolle im Leben und in der Politik Westeuropas, vor allem seit dem Wechsel von Rom in das nahegelegene Avignon, Frankreich, 1309 bis 1377. Während in Italien die Renaissance einzog, behielt das restliche Europa unter dem Einfluss der römisch-katholischen Kirche den Status quo. Palais Neuf, neuer Palast, Wohnsitz des Papstes in Avignon im 14. Jahrhundert. Viele Katholiken waren mit dem Wechsel des Papsttums nach Avignon nicht einverstanden. Sie meinten, der Papst müsse traditionsgemäß in Rom wohnen. Dies hatte zur Folge, dass jetzt zwei Papste gewählt wurden, einer in Avignon und einer in Rom. Die inneren Auseinandersetzungen fanden endlich ein Ende und nur ein Papst wurde gewählt. Diese Machtkämpfe innerhalb des Klerus veranlassten manche Katholiken dazu, die Rolle der Kirche in ihrem Leben zu überprüfen. Was hat das rasche Verbreiten der Renaissance-Ideen begünstigt? Mit dem Ende des 100-jährigen Krieges 1453 wurde auch das Reisen auf dem Kontinent sicherer. Auf der Suche nach Arbeit strömten immer mehr Menschen vom Land in die Stadt, einerseits um vor der Pest zu flüchten, und andererseits, weil die strikte Rollenverteilung des Feudalsystems kollabierte. Der Zerfall des Feudalismus half den Monarchen, ihre Macht zu zentralisieren. Die Menschen hatten jetzt die Möglichkeit, die Veränderungen in der Gesellschaft zu erkunden und sich mehr mit den neuen Ideen in Kunst, Wissenschaft und Philosophie zu beschäftigen. Gegen Ende des 15. Jahrhundert begannen Frankreich und Deutschland, die italienischen Stadtstaaten zu bekämpfen. Folgen des Krieges waren. Durch die Invasion der italienischen Halbinsel kamen die europäischen Monarchen und Adligen mit dem Weltbild der Renaissance in Berührung. Diese neuen Ideen nahmen sie in ihrer Heimat mit. Oft bestellten sie italienische Handwerker und Ludengelehrte an ihren Hof ein. Als in Nordeuropa im späten 15. Jahrhundert Frieden herrschte, nahm auch der Handel wieder zu und die humanistischen Ideen verbreiteten sich. In dem Bestreben, das Niveau an ihrem Hof zu steigern, übernahm die europäische Aristokratie die Ideen aus Italien. Mit dem steigenden Handel wuchs auch das Geschäfts- und Bankwesen. Auf ihren Fahrten kamen die reichen Kaufleute mit anderen Menschen und deren Lebensweise in Berührung, sie tauschten Ideen aus und brachten Kunstwerke mit nach Hause. Außerdem unterstützten sie mit ihrem Reichtum auch Künstler. Monarchen wie König Franz L. von Frankreich wurden Schirmherren der Künste und brachten italienische Künstler an ihren Hof oder bestellten Werke bei ihnen. Das Wachstum des Humanismus und die Macht der Monarchen in Nordeuropa führten zu einem Wettstreit mit der römisch-katholischen Kirche um die Autorität über die Menschen. Franz L., König von Frankreich, von Jean Clouet König François L., 1515 bis 1547, gilt als der erste König der Renaissance. Der Humanismus blühte unter seiner Herrschaft für die Adligen und die Reichen von Frankreich. Er war Humanist, Gelehrter und Dichter. Er war überzeugt von den Lehren des Humanismus und gründete eine Hochschule für das Studium der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache. Die Belagerung von San Leo, Freskenmalerei, Giorgio Vasari, 1511 bis 1574 In der ersten Hälfte des 16. Jahrhundert wurde Italien von fremden Mächten wie Frankreich und Spanien angegriffen oder kontrolliert. Dieser Aufruhr führte auch zu Kämpfen unter den italienischen Stadtstaaten. Einfluss Die Druckerpresse Es gibt kaum eine andere Erfindung, die die Welt so verändert hat, wie die Druckerpresse. Mit Hilfe der Druckerpresse, die um die Mitte des 15. Jahrhundert von Johann Gutenberg, 1399 bis 1468, in Mainz, Deutschland erfunden wurde, konnten sich die Ideen der Renaissance rasch verbreiten. Mit beweglichen Lettern konnten zwei Seiten gleichzeitig nebeneinander gedruckt werden. Die Chinesen haben schon seit Jahrhunderten mit begrenzt beweglichen Lettern gedruckt. Sie haben auch das Papier erfunden. Kenntnisse davon hatten sich entlang der Seidenstraße verbreitet. In der islamischen Zivilisation existierte schon seit 794 eine Papierfabrik in Bagdad. Gutenberg benutzte die beweglichen Lettern für das römische Alphabet, erfand eine taugliche Druckerpresse, mit der man schnell sowohl auf Papier als auch auf Pergament drucken konnte. Das erste gedruckte Buch aus Europa war die Gutenberg-Bibel, 1454 oder 1455. Mit Hilfe dieses neuen Druckverfahrens konnten mehr Bücher in den Umlauf gebracht werden. Es ging auch viel schneller als mit der Hand zu schreiben, ein Verfahren, das von jeher benutzt wurde. Die humanistischen Ideen und die klassischen griechischen und römischen Schriften waren jetzt leicht zugänglich. Gleichzeitig lernten viel mehr Menschen Lesen und Schreiben. Bald darauf verlangten die Menschen, dass die Bücher in ihrer eigenen Sprache gedruckt werden sollten und nicht mehr in der lateinischen. Sie wollten auch eine größere Auswahl an aktuellen Themen, ZB-Reiseberichte und romantische Erzählungen. 1500 gab es über 200 Druckerpressen in Venedig, Druckerpressen in 250 deutschen Städten und Druckerpressen in fast allen Städten der Niederlande. Das hohe Niveau der wichtigsten Verlagshäuser, Froben, Niederlande, Estien, Frankreich und Caxton, England, musste bis heute kaum verbessert werden. 1500 benutzte die englische Bevölkerung Dutzende Dialekte, unterschiedliche Wörter und verschiedene Schreibweisen. Als William Caxton mit dem Übersetzen und Drucken begann, entschloss er sich, den East Midland-Dialekt zu verwenden und führte damit eine einheitliche englische Sprache, wie wir sie heute kennen, ein. Dieses Porträt Gutenbergs, gemalt 1584 von André Thewitt, einem französischen Künstler, wurde 100 Jahre nach Gutenbergs Tod gedruckt. Woher hat der Künstler wohl gewusst, wie Gutenberg aussah? Die ersten gedruckten Bücher waren heftig umstritten. Anfangs wurde die Richtigkeit bezweifelt. In den von Hand geschriebenen Büchern gab es oft viele Fehler. Bevor die Bücher veröffentlicht werden konnten, mussten diese Fehler verbessert werden. Viele waren mit diesen überarbeiteten Texten nicht einverstanden. Nicht jedem gefiel das Aussehen der gedruckten Bücher. Reiche Kunden stellten sogar Schreiber an, um die gedruckten Bücher mit der Hand zu kopieren, wie vor Hunderten von Jahren. Sie wurden auf Pergament aus Kalbshaut geschrieben und mit schönen Bildern verziert. Am Rand der Seiten wurde Anfangs Platz für die Bilder gelassen. Weil die meisten Bücher jedoch auf Papier gedruckt wurden, kamen die Bilder nicht so gut zur Geltung wie auf dem Pergament. Die Geistlichen der katholischen Kirche sahen es nicht gern, dass das einfache Volk Zugang zur Bibel in ihrer eigenen Muttersprache hatte. Da die Menschen jetzt niemanden mehr zum Interpretieren der Bibel brauchten, kamen sich die Priester überflüssig vor. Die Schönheit der gedruckten Bücher lag an der Schriftart. Aldus Manutius, 1450 bis 1515, war der erste Herausgeber, der die Kursivschrift entwickelte und benutzte. Er brachte auch die ersten Bücher im Handtaschenformat heraus. Die Aldus-Schriftart wird bis auf den heutigen Tag in Dokumenten benutzt. Eine bedeutende Design- und Layout-Software-Firma, die PageMakers und InDesign-Programme entwickelt hat, ist seit 1985 unter dem Firmennamen Aldus bekannt. Eine Seite aus der Gutenberg-Bibel, mit Bildern verziert Die Gutenberg-Bibeln, die ersten mit beweglichen Lettern gedruckten Bücher, wurden alle in Gutenbergs Druckerei in Mainz, Deutschland hergestellt, 1454 oder 1455. Reflektiere und beantworte Erster glaubst du, dass die Menschen die ersten Bücher zu schätzen wussten? Betrachte die Frage aus verschiedenen Perspektiven, der Autoren, der Schreiber, der Reichen, des Klerus, der Gelehrten, des einfachen Volkes. Zweiter denk darüber nach, wie sich heutzutage neue Musikstile, neue Technologien und neue Wörter auf der ganzen Welt verbreiten. Suche dir ein Beispiel aus und beschreibe bildhaft die Verbreitung von Musik, Technologie oder neuen Wörtern. Dritter, wie könnte die Erfindung der Druckerpresse bei verschiedenen Menschengruppen ein Identitäts- oder Selbstwertgefühl erzeugt haben? Vierter besprecht in der Klasse folgendes Thema, glaubt ihr, dass die Erfindung des Silicon-Mikrochips, der in modernen PCs verwendet wird, das menschliche Weltbild sogar mehr verändert haben könnte, als es die Erfindung der Druckerpresse getan hat? Wie hat der Humanismus das Weltbild der Renaissance beeinflusst? Zu Beginn der Renaissance nahmen europäische Gelehrte die klassischen Schriften der Griechen und Römer besser wahr, die Schriften waren von islamischen Kulturen, sowie von einzelnen jüdischen und europäischen Gelehrten aufbewahrt worden. Für viele Gelehrte waren diese Schriften und Philosophien denen der aktuellen europäischen Literatur weit überliegen. Sie übernahmen die Lebensauffassung der Antike, die so anders war, als das religiöse Denken ihrer Zeit. Die klassischen Schriften besagten, dass das Leben auf dieser Erde, zu Lebzeiten, wertvoll ist. Bislang glaubten die Menschen, die Vorbereitungen für das Leben im Jenseits seien wichtiger, als die Sorgen um das tägliche Leben auf der Erde. Durch das Studium der antiken Schriften und den Kontakt zu anderen Kulturen waren die Akademiker davon überzeugt, dass auch einzelne Menschen zu großen Dingen fähig waren und deshalb nicht, wie im Mittelalter, von den starren sozial bedingten Rollen eingeschränkt werden sollten. Diese neue Auffassung über die einzelnen Menschen und ihr Leben bildete die Grundlage des Humanismus, einer neuen Philosophie. Wie der Name schon besagt, dreht sich im Humanismus alles um den Menschen. Im Mittelpunkt stehen von nun an die Menschen mit ihren Werten, ihren Fähigkeiten, ihrem Einzelwert und die menschliche Gesellschaft, die etwas Wertvolles ist, das noch weiter verbessert werden kann. Verkündigung an Zacharia, Domenico Garlandio, 1486 Vier der maßgebenden Humanisten aus Florenz Von links nach rechts, Masilio Ficino, lateinischer Gelehrter, Cristoforo Landino und Angelo Politiziano, Dichter, und Gentile Becchi, humanistischer Philosoph. Der Humanismus der Renaissance stellte das Weltbild des Mittelalters in Frage. Obwohl die Humanisten an ihrem Glauben festhielten und an ein Leben nach dem Tod glaubten, waren sie doch der Meinung, dass das Leben auch auf der Erde erfüllt sein sollte. Die Menschen, die es sich leisten konnten, umgaben sich mit schönen Kunstwerken und schöner Architektur. Sie diskutierten gerne über Ideen und Philosophien. Die Menschen begannen die Möglichkeiten wahrzunehmen, was sie im Leben alles erreichen konnten. Der Humanismus führte zu neuen Auffassungen über Kunst, Philosophie und Regierung. Ein wichtiger Schritt für Humanisten war das Erlernen der antiken Sprachen Griechisch, Lateinisch und Hebräisch. Gelehrte wollten die Wahrheit in den originalen klassischen Dokumenten selbst entdecken und nicht nur die Interpretationen der Übersetzer lesen. Die Schule von Athen, aus der Freskenmalerei Stanzer della Signatura, Raphael, 1510 bis 1511. Die Philosophen, die den Humanismus am meisten beeinflusst haben, waren die alten griechischen Philosophen Sokrates, Plato und Aristoteles. Plato wurde von Sokrates, unten links, unterrichtet und Aristoteles war Platos Schüler. Ihrer Philosophie zufolge sollte man den Verstand oder die Logik benutzen, um die bekannten Ideen und Überzeugungen, sowie das Handeln und die Tugend des Einzelnen infrage zu stellen. Die Suche nach der Wahrheit war ihnen wichtig. Cicero's Philosophie beruht auf ihren Werken. Cicero, 106 ad, 43 ad, war ein bekannter Politiker und Redner, der in den letzten Jahren des Römischen Reiches gelebt hat. Seine Schriften wurden von den Humanisten wiederentdeckt und studiert. Er war der Meinung, dass man Weisheit und öffentliches Reden gemeinsam zum Wohle des Staates nutzen sollte. Diese Vorstellung von Staatsbürgerschaft bildete die Grundlage für die Schulen der Renaissance-Zeit. Wie wird diese Vorstellung heutzutage in den Schulen vertreten? Reflektiere und beantworte Erster Wie hat der Humanismus zum Aufstieg der Klasse der Kaufleute oder des Mittelstandes beigetragen? Wie hat der Aufstieg der Klasse der Kaufleute zum Verbreiten des Humanismus beigetragen? Zweiter Zeichne mit Hilfe eines Netzes die wichtigsten Ideen, Vorstellungen und Werte des Humanismus auf. Stelle danach ein anderes Netz her, das deine wichtigsten Ideen, Vorstellungen und Werte zeigt. Denk über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen deinen Ideen und denen des Humanismus nach. Wie haben Gelehrte und Philosophen die humanistischen Ideen verbreitet? Gelehrte reisten von einer Universität zur anderen, um zu studieren und zu unterrichten. Aus verschiedenen Lernzentren der muslimischen Welt, besonders aus Spanien, fanden islamische Gelehrte und ihre Werke ihren Weg nach Südeuropa. Die Gelehrten aus dem Süden verbreiteten die humanistischen Ideen in Schulen im Norden, die Universität von Paris ist dabei eine der bemerkenswertesten. Angetan von den Ideen des Humanismus wollten die Schüler aus Nordeuropa immer mehr lernen. Viele reisten daher nach Italien, um an den dortigen Universitäten zu studieren. Als sie nach Hause kamen, brachten sie neue Ideen und Auffassungen mit. Der Humanismus unterstützte die Bürgerpflicht und legte Wert auf Lernen und Auffragen stellen über die Welt. Die Adligen glaubten jetzt mehr denn je, dass solche Qualitäten wichtig seien, sie förderten diese Ideale bei den Untertanen an ihrem Hof. Bedenke, dass von den Armen kaum jemand eine Schulausbildung erhielt oder gar in eine Universität ging. Die Veränderungen fanden zunächst in der Oberschicht statt, aber hier waren auch die Leute mit der Macht, ihre Gesellschaften zu verändern. Anders als in Italien war der Humanismus im restlichen Europa eng mit der Religion und der römisch-katholischen Kirche verbunden. Die Humanisten aus Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und anderen Ländern studierten sowohl antike christliche Schriften als auch die antiken Schriften aus Griechenland und Rom. Diese christlichen Humanisten waren an einer Bildungsreform interessiert und kombinierten daher das Studium der klassischen Schriften mit dem Studium der Bibel, auf Griechisch und Hebräisch. Ihrer Meinung nach machte das aus den Menschen bessere Bürger und bessere Christen. Petrach, 1304 bis 1374 Petrach ist wohlbekannt durch das Entdecken und Übersetzen von antiken griechischen und römischen Schriften und setzte sich auch für ihr Studium ein. Er war der Meinung, dass die Künstler, Schriftsteller und Gelehrten auf die originalen Manuskripte zurückgreifen sollten. Er hat die Schriften Ciceros, eines antiken römischen Politikers und Redners, entdeckt. Er glaubte, dass gut gebildete Menschen Bücher lesen, viel reisen und sich mit schönen Kunstwerken umgeben sollten. Seiner Meinung nach waren die antiken römischen und griechischen Gesellschaften der europäischen Gesellschaft des 14. Jahrhundert in vielem überlegen. Petrach war ein Christ. Er war überzeugt, dass eine Person religiös sein konnte und gleichzeitig auch Humanist. Es war möglich sowohl an Gott zu glauben als auch an ein wertvolles Leben. Francesco Petraca, Petrach, unbekannter Künstler Petrach war der erste große humanistische Gelehrte und Schriftsteller aus Italien. Biografien beschreiben das Leben eines Menschen, lebendig oder tot. Sie unterstreichen oft die Errungenschaften und die Beiträge zur Gesellschaft. Du kannst viel über die Renaissance erfahren, indem du das Leben der Menschen untersuchst, die zur Veränderung des europäischen Weltbildes beigetragen haben. Erasmus, 1466 bis 1536 Obwohl Erasmus ein starker Verfechter der römisch-katholischen Kirche war, war er gegen ein Einmischen der Kirche in weltliche Dinge. Seiner Auffassung nach war die Aufgabe der Kirche, den Glauben zu lehren und zu unterstützen, da der Glaube ein notwendiger Teil des menschlichen Lebens ist. Seiner Meinung nach müsste die Bibel aus dem Lateinischen und Griechischen in die volkstümlichen Sprachen von Europa übersetzt werden, damit mehr Menschen sie lesen könnten. Hier ist eine sinngemäße Wiedergabe aus einer Einleitung zu einer seiner Bibelübersetzungen. Erasmus war der Überzeugung, dass Studenten folgendes lernen sollten, entdecken, vernünftig reden, argumentieren und ihre Kenntnisse anwenden. Der Zweck des Literaturstudiums war für ihn, Ideen zu teilen und über sie zu diskutieren. Er sah keinen Sinn im Auswendiglernen. Jeder Einzelne sollte, seiner Meinung nach, sowohl die Bibel als auch die Werke der Klassik studieren, um die Bedeutung seiner Bürgerpflicht besser zu verstehen, nämlich gute Werke zu vollbringen und der Gesellschaft und den Menschen nützlich zu sein. Erasmus von Rotterdam, Quentin Metzies Erasmus gilt als der größte christliche Humanist der Renaissance aus Nordeuropa. Er ist in Holland geboren, wurde ein Mönch und studierte in Frankreich, England, Italien und anderen Ländern. Guillaume Bude 1467 bis 1540 Bis zur Renaissance beruhte das französische Gesetz auf Texten des römischen Gesetzes aus dem 6. Jahrhundert. Gerichtliche Entscheidungen stützten sich oft auf die Interpretation von Rechtsgelehrten, die diese Gesetze über lange Zeit studiert hatten. Bude stellte solche Interpretationen von mittelalterlichen Berichterstattern in Frage. Seiner Meinung nach sollten Rechtsanwälte die originalen lateinischen Texte studieren und sich nicht auf Interpretationen verlassen. Französische Universitäten folgten kurz darauf seinen Vorschlägen und wandten die klassischen Ideen auf Fragen der Gegenwart an. Guillaume Bude, Name des Künstlers unbekannt Guillaume Bude war Minister am Hofe des Königs François E. und reiste zeitweilig als Diplomat. Er war sehr gebildet im Bereich der Klassik und interessierte sich auch für Mathe, Philosophie, Logik, Rechts- und Naturwissenschaften. Petrach reiste und verbreitete seine Ideen in ganz Europa. Er glaubte, dass Reisen und der Kontakt zu anderen Kulturen das Weltbild eines Menschen verändern. Auch Erasmus reiste durch ganz Europa und teilte seine Ideen mit Studenten und anderen Humanisten. Die Sammlung von Briefen, die er an andere Gelehrte schrieb, ist bis heute erhalten geblieben. Ich frage mich, wie die Reisen des Erasmus das Weltbild der Renaissance prägen könnten? Bude war auch für die Königliche Bibliothek zuständig und füllte sie mit antiken Manuskripten und mit Werken humanistischer Gelehrter. Aus dieser Bibliothek ist die spätere Staatsbibliothek Frankreichs entstanden, die heute zu den größten der Welt zählt. Michel de Montaigny, 1533 bis 1592 Michel de Montaigny war ein französischer Philosoph, der die Meinung vertrat, dass die Menschen sich ehrenhaft benehmen sollten, mit Respekt für sich selbst und für andere. Alle menschlichen Taten sollten sich auf Freundschaft, Liebe und Mut stützen. Montaigny war der Erste, der seine Ideen und Philosophien in kurzen Meinungsberichten, sogenannten Essay, aufschrieb. Dieses Schreibformat nennen wir heute Essay oder Aufsatz. Montaigny glaubte nicht, dass die Kirche oder irgendwelche Personen auf alle Fragen eine Antwort hätten. Er dachte, dass aufgeschlossene und neugierige Menschen mehr über die Welt lernen könnten als solche, die einfach alles akzeptieren ohne Essay infrage zu stellen. Montaigny war, genau wie Erasmus, für eine Bildungsreform. In seinen Essay kritisierte er die Lehrmethode in den französischen Schulen wie folgt. Unsere Betreuer und Lehrer schreien uns die Ohren voll, so als ob man Wasser in einen Trichter schüttet und unsere Aufgabe ist es, einfach nur zu wiederholen, was sie uns gesagt haben. Ich möchte, dass sie auch dem Schüler zuhören. Montaigny glaubte, dass das Selbstbewusstsein Toleranz und Vernunft lehren kann. Da er nicht gereist ist und seine Ideen mit niemandem ausgetauscht hat, beschränkte sich sein Einfluss hauptsächlich auf Frankreich. Trotzdem haben seine Werke im 17. Jahrhundert die klassische Epoche in Frankreich eingeleitet. Von da haben sie das westliche Denken beeinflusst. Michel de Montaigny, französischer Philosoph und Schriftsteller, hat die Essay-Schreibform erfunden. Fragen stellen und das Selbstbewusstsein stärken waren seine Hauptanliegen. Die Forschungsberichte, die Montaigny über die First Nations-Gesellschaften aus Nordamerika gelesen hat, haben seine Philosophie über persönliche Freiheit und Regierungsverfahren beeinflusst. Reflektiere und beantworte Erster Schreibe auf, wie die Gelehrten das Weltbild der Renaissance geprägt haben. Zweiter diskutiert in Gruppen über Folgendes. A. Die Erfindung der Druckerpresse hat es den Menschen ermöglicht, die Bibel in ihrer Muttersprache und nicht nur auf Lateinisch zu lesen. Wie hat dies zur Entwicklung des Humanismus beigetragen? B. Wenn Erasmus heute leben würde, welche Fragen würde er mit Kanadieren des 21.JHS besprechen? B. Mit welchen Ideen des Erasmus bist du total einverstanden? B. Mit welchen überhaupt nicht? Ein Ausflug ins Internet Museen und Kunstgalerien Mithilfe des Internets kannst du Sachen sehen, die du in Wirklichkeit nicht immer und nicht sofort sehen kannst. Die meisten Museen und Kunstgalerien der Welt zeigen auf ihrer Webseite einen Teil ihrer Sammlung. Wie bereitet man einen Ausflug ins Internet vor? Ihr werdet in Gruppen arbeiten, um diesen Ausflug ins Internet zu planen. Mithilfe einer Suchmaschine werdet ihr ein Museum oder eine Kunstgalerie ausfindig machen, die Artefakte oder Bilder von Artefakten aus der Zeit der Renaissance zeigen. Ein guter Ausflug beginnt immer mit einem Plan. Nach dem Ausflug diskutieren die Menschen gerne über ihre Erfahrungen. Was man vor dem Ausflug machen muss Stelle einen Plan zusammen Was für Artefakte möchtest du finden? Schreibe dir ein paar Stichwörter oder Phrasen auf, die dir bei deiner Suche behilflich sein könnten. Entscheide, welche Suchmaschine du dafür benutzen möchtest. Wie möchtest du deine Souvenirs den anderen zeigen? Anhand eines Posters, eines Fotoalbums oder einer Reportage? Bereitest du eine Diashow am PC vor oder stellst du eine eigene Webseite zusammen? Hast du vielleicht einen Ausflugsplan, den du einer anderen Gruppe zeigen könntest? Entscheide, was du sammeln möchtest und wie du es mit der Gruppe teilen wirst. Musst du URLs, Bilder oder Zitate speichern? Wie willst du deine Quellen angeben? Le Musée du Louvre in Paris ist ein Museum, das seine Bilder mithilfe des Internets der ganzen Welt zugänglich macht. Anhand einer Datenbank kannst du ein Bild von dem gesuchten Gegenstand sehen, den Namen des Künstlers herausfinden und wo es sich im Museum befindet. Außerdem gibt es auf der Webseite des Louvre Diashows zu verschiedenen Themen. Zudem kannst du auch an einer virtuellen Führung teilnehmen. Dabei scheint es, als ob eine Person mit einer Videokamera sich im Kreis dreht und filmt. Google und Yahoo sind zwei Beispiele für Suchmaschinen. Eine einfache Suche richtet sich nach den Stichwörtern, die du eingetippt hast. In dem Beispiel handelt es sich um Webseiten, die das Wort Museum oder Renaissance kenthalten. Bei einer fortgeschrittenen Suche geht es um genaue Phrasen, wie ZB Mona Lisa. Hier wird jetzt nach Mona und Lisa gesucht, daher nennt man diese Suche auch eine und Suche. Du kannst den Suchvorgang auch beschränken, indem du eingibst, welche Wörter du nicht brauchst, nicht diese Wörter suchen. Es wäre ratsam, zuerst die Webseite eines bekannten Museums anzuklicken, wie ZB das Smithsonian Institute in Washington, D.C. Die Eingabe des Wortes Renaissance in die Suchleiste führt dich zu dieser Seite. Wenn du diese Webseite als Quelle angeben möchtest, gibst du sie wie folgt an. Smetonian Kompetenzbereich Schau im Kompetenzbereich unter und emp, quad, how to find information on the internet und emp, quad, nach, um weitere Anleitungen für Internetsuchen zu finden. Wie haben Künstler die Ideen der Renaissance verbreitet? Viele Menschen verbinden die Renaissance mit den Veränderungen, die auf den Gebieten der Malerei, Skulptur, Gestaltung, Architektur und der schönen Künste stattgefunden hatten. Mit dem sich ändernden Weltbild entwickelten die Künstler der Renaissance neue Stile, Verfahren sowie neue Materialien. Sie schufen Meisterwerke, die bis heute zu den schönsten der ganzen Welt gehören. Während der Renaissance begann die Kunst, die neue Denkweise des Humanismus zu reflektieren. Die Humanisten ließen sich von den islamischen, römischen und griechischen Werken und ihrer Kunst und Architektur inspirieren. Sie zeigten mehr Interesse an ihrer Umwelt als am Jenseits, sie glaubten, ein Recht auf Freude und Schönheit im irdischen Leben zu haben. Die Künstler veränderten ihren Malstil dramatisch und benutzten den humanistischen Stil, um Personen und religiöse Motive darzustellen. Durch ihre wunderschöne Kunst verstärkten sie die humanistische Philosophie und wurden ihrerseits von wohlhabenden humanistischen Schirmherren unterstützt. Ein Gemälde von der Madonna mit Kind aus Nesselbar, Bulgarien, im byzantinischen Stil, der zwischen 400 und 1300 blühte. Dem heutigen Betrachter erscheinen die Figuren und der Hintergrund unnatürlich und zweidimensional. Sie stellen keine echten Leute aus der Zeit dar, sondern zeigen ikonenartige Ideale, wie sich die Künstler die religiösen Figuren vorgestellt haben. Die Erscheinung in Arles, Fresco, von Giotto, 1297 bis 1300 Im Stil der frühen Renaissance oder im gotischen Stil gemalt, bezieht sich auf religiöse Malerei aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Dieser Stil benutzt hellere Farben, die Perspektive war allerdings noch nicht erfunden. Die Figuren waren etwas natürlicher dargestellt, hatten jedoch über dem Kopf einen flachen Heiligenschein aus Gold. Während des 14. und 15. Jahrhundert standen hauptsächlich religiöse Themen im Mittelpunkt der Kunst. Die Figuren in den Gemälden waren jetzt lebensnah dargestellt als bisher, mit realistischen Proportionen und Gesichtsausdrücken. Ihr Wissen stammte zum Teil von der Kenntnis des menschlichen Körpers und vom Sezieren von Leichen. Mit der Zeit erschien auch der Hintergrund natürlicher, weil die Künstler versuchten die Welt jetzt so darzustellen, wie sie wirklich war. Während des 15. Jahrhundert fingen die Künstler der Renaissance an, auch nicht, religiöse Themen zu malen, z.B. griechische und römische Mythen. Weil der Humanismus Wert auf die Bedeutung des Einzelmenschen legte, wurden Porträts von wichtigen Leuten immer beliebter. Wohlhabende Kaufleute und Adlige bezahlten Künstler für Porträts von ihnen und ihren Familien. Da es zu der Zeit noch keine Fotoapparate gab, war dies die einzige Möglichkeit, von jemandem ein Bild zu machen. Da es den Künstlern wichtig war, für ihre Arbeit geschätzt zu werden und Kunst zu einer vermarktbaren Ware geworden war, begannen sie ihre Werke zu signieren. Manchmal malten sie sich sogar als eine Nebenfigur selbst in das Bild hinein. Viele experimentierten auch mit neuen künstlerischen Verfahren. Künstler der Renaissance Zu Beginn der Renaissance wurde ein Künstler wie ein Facharbeiter oder ein Kunsthandwerker angesehen. In der späteren Renaissance kann man Folgendes feststellen. Da sie mehr Kenntnisse vom menschlichen Körper hatten, haben die Künstler ihn auch realistischer dargestellt. Wissenschaftler und Ärzte dürften jetzt Leichen sezieren, um den menschlichen Körper zu studieren. Künstler sind viel herumgereist, haben Ideen ausgetauscht, bessere Verfahren entwickelt und waren von ihrem Können überzeugt, da ihre Werke begehrt waren. Sie stellten die Welt aus einer persönlichen Sicht dar. Sie hatten mehr Freiheit in der Themenwahl und im Stil. Sie wurden sowohl für ihren Intellekt als auch für ihr kreatives Talent geschätzt. Sie wurden für ihre Arbeit besser bezahlt. Ihr Ansehen im Gesellschaftssystem stieg. Sie wurden als Menschen angesehen, die zur Gesellschaft viel beitragen. Beim Verbreiten der Renaissance in Europa spielte der Ideenaustausch eine wichtige Rolle. Der Hof von Urbino ist ein gutes Beispiel dafür. Als Federigo de Montefelto 1444 Herzog von Urbino wurde, verhalf er der Stadt zu einem höheren Kultur- und Bildungsniveau. In seiner Bibliothek befanden sich 1000 handgeschriebene Manuskripte, eine Kopie von allen bis dahin bekannten griechischen und lateinischen Büchern. Urbino entwickelte sich zu einem kulturellen Zentrum, wohin Gelehrte, Künstler, Philosophen, Musiker und Dichter aus ganz Europa kamen, um neue künstlerische Verfahren, Ideen und Denkweisen auszutauschen. Donatello, 1386 bis 1466, war einer der einflussreichsten Künstler der italienischen Renaissance. Er entwickelte ein besonderes Verfahren, um Statuen aus Bronze zu gießen, das später von vielen Künstlern benutzt wurde. In der biblischen Geschichte David und Goliath stellt sich der kleine Hebräerjunge David dem riesigen Goliath von den angreifenden Philistern entgegen. Mit einem Stein hatte er Goliath bezwungen und enthauptet. Darauf flohen die Philister. Die Geschichte zeigt, wie Glaube und Entschlossenheit große Hindernisse überwinden kann. Kopfdetail aus Donatellos David Eines seiner berühmtesten Werke ist diese Bronzestatue von David aus dem Jahr 1440. Sie zeigt den biblischen Helden mit dem Kopf Goliaths zu seinen Füßen. Die Statue ist fast lebensgroß und auffällig detailliert. Wüste des Niccolo da Ozzano Donatello war der erste Künstler, der seinen Marmorskulpturen Tiefe verlieh. Seine Statuen wurden zu einem Gütesiegel für die nächsten 100 Jahre. Die Kathedrale von Florenz heute Philippo Brunelleschi, 1377 bis 1446, war der erste, der Perspektive benutzte. Er hat die 1436 fertiggestellte achteckige Domkoppel der Kathedrale von Florenz, auch Duomo, genannt, entworfen. Es ist eine der imposantesten technischen Leistungen seit der Römerzeit. In Brunelleschis Architektur wird Mathematik zu Kunst. Bei seiner achteckigen Konstruktion hat sich Brunelleschi wahrscheinlich von den türkischen Bauten aus dem Iran und Zentralasien inspirieren lassen. Christus überreicht dem heiligen Petrus die Schlüssel, Freske, 1481 bis 1482, Pietro Perugino, Wand der Sixtinischen Kapelle. Perugino hat das von Brunelleschi entwickelte Verfahren benutzt, um in seinen Gemälden Perspektive zu zeigen. Masaccio, 1401 bis 1428, war der erste Maler, der sowohl lineare Perspektive als auch Vogelperspektive benutzt hat. Von seinen berühmten Fresken, die zum ersten Mal humanistische Ideen in der Kunst darstellten, sind nur noch vier übrig geblieben. Seine Fresken zeigen Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus. Masaccio war der erste, der den frühen Renaissance-Stil, der natürlicher und echter war, benutzte. Der Tribut, Tommaso Masaccio, Freske aus der Brancacci-Kapelle Sogar Michelangelo hat die Figuren Masaccios, aus den Fresken der Brancacci-Kapelle und aus der Santa Maria Novella Kirche in Florenz studiert und kopiert. Masaccio ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Es wird gemunkelt, ein anderer Maler hätte ihn aus Eifersucht auf sein Talent vergiftet. Die Dreieinigkeit, Tommaso Masaccio, Freske aus der Santa Maria Novella, 1427 bis 1428. In der Dreieinigkeitsfreske von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist zeigt Masaccio, wie man mit der linearen Perspektive Tiefe in einem Bild erzeugen kann. Schachspiel Sofonisba Anguissola, 1532 bis 1625, war die Tochter eines reichen Adligen aus Verona. Sie hatte ein ausgezeichnetes Künstlertalent und ihr Vater hat sie ermutigt, viele Bilder zu malen. Sie haben den Humanismus der Renaissance gut reflektiert. Michelangelo hat ihre Bilder für die Art, wie sie die Ausstrahlung und die Persönlichkeit ihrer Modelle zur Geltung gebracht hat, gelobt. Es kam selten vor, dass zu der Zeit eine Frau so viel Anerkennung erhielt. Sogar der Papst besaß eines ihrer Gemälde. Freskenmalerei aus der Sixtinischen Kapelle Michelangelo Bonarotti, 14751564, war ein hervorragender italienischer Bildhauer, Maler, Dichter und Architekt. In der Sixtinischen Kapelle hat er eines der größten Fresken der Welt gemalt. Papst Julius L.L. beauftragte ihn 1508, die Kuppel der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, in Rom zu bemalen. Er brauchte vier Jahre, um sie zu vollenden. Michelangelo hat die Fresken auf einem 20 m hohen Baugerüst mit oft verrenkter Körperhaltung gemalt. Die Sixtinische Kapelle ist auf dem Gebiet der Kunst eine der größten Errungenschaften der Welt. Sie enthält über 400 lebensgroße Figuren, die Geschichten aus der Bibel darstellen. David, Marmor, Florenz, Italien Michelangelo hat oft betont, dass er Bildhauer und Nichtmaler sei. Im Alter von 26 hat er eine seiner größten Statuen, die gigantische, vier Meter hohe Statue David, aus Marmor nach der Bibelgeschichte David und Goliath fertiggestellt. Mit dieser Statue hat er der Welt gezeigt, dass die Kunst der Renaissance, die der Griechen und Römer übertroffen hat. Heute ist die Statue eine der beliebtesten Touristen, Attraktionen in Florenz. Michelangelo ist schon früh in ein Kunststudio in Urbino in die Lehre gegangen und hat später bei der Medici-Familie gewohnt und gearbeitet. Er gehörte zu jener Gesellschaft der Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler und Philosophen, die sich regelmäßig am Medici-Hof trafen, um Ideen auszutauschen. Die Kreuzigung Hinrichtung an einem Kreuz Peter, 1498-1500 Nach vielen Versuchen ist es Michelangelo im Jahr 1499 gelungen, die Peter zu vollenden. Die Skulptur zeigt Maria mit ihrem toten Sohn Jesus, nach der Kreuzigung. Michelangelo hat den Körper Jesu perfekt in Marmor gemeißelt, mit jedem Muskel und jeder Ader. Die Peter ist eines der besten Beispiele für die klassische Harmonie und Schönheit der Renaissance und das Bestreben, den menschlichen Körper realistisch darzustellen. Die Peter steht auch heute noch an ihrem ursprünglichen Platz im Petersdom in Rom. Altar von Gent, van Eyck Van Eyck, 1390-1441, ein flämischer Maler, hat die Ölmalerei entdeckt. Mit Öl konnten die Künstler die leuchtenden Farben der realen Welt viel besser darstellen. Van Eycks Gemälde sind farbenfroh, detailliert und tief. Schau dir die Details des Altars der St. Bavo Kathedrale aus Gent, Belgien genau an. Warum haben manche Gelehrte van Eycks künstlerisches Auge mit einem Mikroskop verglichen? Wissenschaftler haben unlängst herausgefunden, dass manche Künstler aus der Renaissance gemahlenes Glas in ihre Farben gemischt haben, damit sie glitzern und schimmern. Wissenschaftler haben die Mona Lisa jetzt mit Lasergeräten untersucht und festgestellt, dass über ihr Gesicht ein dünner Schleier gemalt wurde, was zu der Zeit für junge Mütter üblich war. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, 1502-1506 Leonardo da Vinci, 1452-1519, gehört zu den weltbekannten Künstlern der Renaissance. Seine Mona Lisa ist für viele das berühmteste Gemälde der Welt, außerdem gehört es zu den feinsten Gemälden, die während der Renaissance entstanden sind. Da Vinci hat viele neue Verfahren eingeführt, eines davon heißt Sfumato, das absichtliche Verwischen der Linien, für seine Mona Lisa hat er es auch benutzt, Du kannst noch so nah herangehen, aber ihre Mundwinkel kannst du nicht sehen. Dies verleiht ihr ein geheimnisvolles Lächeln. Hebräer in der Wüste, Jean Fouquet, 15. Jahrhundert Jean Fouquet, 1416-1480, ein französischer Maler, hat viele Bücher bemalt. Er hat Szenen aus der Bibel in seinem eigenen, höchst individuellen Stil gemalt. Selbstportrait Albrecht Dürer, 1500 Albrecht Dürer, 1471-1528, aus Nürnberg, Deutschland ist bekannt für seine Holzschnitte. Er war auf sein Aussehen so stolz, dass er mehrere Selbstporträts gemalt hat. Achte auf die Details und das Zusammenspiel von Licht und Schatten bei der Darstellung seiner Individualität. Die Renaissance-Künstler aus dem Norden konnten das Licht und den Schatten geschickt einsetzen, um verschiedene Stimmungen zu zeigen. Diesen Stil hatten sie von den italienischen Künstlern übernommen. Jäger im Schnee, Februar, Peter Brügel der Ältere, 1565 Peter Brügel, 1525-1569, ein flämischer Maler, gilt als der erste westliche Maler, der Landschaften gemalt hat und sie nicht nur als Hintergrund für Figuren benutzte. Die neuen Verfahren zum Malen von Landschaften wurden von den Künstlern aus Nordeuropa entwickelt und von italienischen Künstlern dank des Ideenaustausches auf dem ganzen Kontinent übernommen. Reflektiere und beantworte Erster wähle ein Gemälde oder eine Skulptur aus diesem Kapitel und beschreibe, was es sie über das Weltbild der Zeit aussagt. Was sagt es über den Künstler? Falls es für einen Schirmherrn gemacht wurde, was sagt es über ihn aus? Zweiter A Wie haben Künstler die Ideen der Renaissance verbreitet? B. Inwieweit zeugt die Signatur eines Werkes von einem sich ändernden Weltbild? C. Wie könnte die Kunst der Renaissance ein neues Identitäts- und Selbstwertgefühl der Künstler und der Kunden reflektiert haben? Dritter Welche Werke von Künstlern der Renaissance gefallen dir am besten? Erkläre, was dir an ihnen gefällt Wie haben sich Ideen unter Wissenschaftlern und Mathematikern verbreitet? Während des Mittelalters ist die Wissenschaft in Europa nur langsam vorangekommen. An diesem Mangel an Fokus auf Naturwissenschaften und Mathematik waren viele Faktoren schuld. Religion hat sich mehr mit dem Jenseits beschäftigt, sodass wissenschaftliche Fragen unerwünscht waren. Europa war noch tief im Aberglauben verwurzelt, weshalb viele Menschen an die Astrologie, den Zauber und an die Hexerei glaubten. Wohlhabende Schirmherrn kümmerten sich lieber um die Künste, da blieb für die wissenschaftlichen Forscher wenig Geld übrig. Europäische Universitäten legten ihren Schwerpunkt mehr auf das Studium der Geisteswissenschaften als auf das der Mathematik und der Naturwissenschaften. Einen Fortschritt auf dem Gebiet der Mathematik und Naturwissenschaften konnten nur jüdische, islamische und ein paar europäische Gelehrte aufweisen. Humanistische Ideen führten europäische Denker dazu, auf die Kenntnisse der früheren Gelehrten zu bauen und sie weiterzuentwickeln. Während der Renaissance fingen europäische Wissenschaftler an, die Welt zu beobachten und logisches Denken einzusetzen. Sie stellten Fragen und interessierten sich für die Ursache von Ereignissen, was sie bislang mit der Existenz übernatürlicher Mächte erklärt hatten. Die Renaissance war keine Zeit, in der viele wissenschaftliche Fortschritte gemacht wurden. Aber wissenschaftliche Neugier brachte einige Gelehrte dazu, ihre Beobachtungen aufzuzeichnen. Dieses gesammelte Wissen führte zum Zeitalter der wissenschaftlichen Entdeckungen in späteren Jahrhunderten. In Europa gab es zur Zeit der Renaissance trotzdem ein paar nennenswerte Wissenschaftler und Mathematiker. Nikolaus Kopernikus Nikolaus Kopernikus, 1473 bis 1543, ein polnischer Mathematiker und Astronom, stellte aufgrund von genauen Beobachtungen und mithilfe seiner mathematischen Kenntnisse eine andere Theorie über das Weltall auf. Bis zur Renaissance waren die meisten Europäer von der ptolemäischen Theorie überzeugt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums stand und alle Planeten um sie herum kreisten. Durch seine Beobachtungen und Berechnungen konnte Kopernikus beweisen, dass die Erde und alle anderen Planeten um die Sonne kreisen. Er bewies auch, dass sich die Erde einmal am Tag um die eigene Achse dreht. Astronom Kopernikus Im Gespräch mit Gott Jan Matejko 1873 Manche Historiker glauben, dass Kopernikus seine Entdeckungen geheim gehalten hat, um nicht in Konflikt mit der Kirche zu geraten. Die römisch-katholische Kirche vertrat die Auffassung, dass Gott die Erde zum Mittelpunkt des Universums gemacht hätte. Seine Entdeckungen hat er erst kurz vor seinem Tode veröffentlicht und sie wurden sofort von der römisch-katholischen Kirche verboten. Konkurrierende Weltbilder Ptolemois, ein griechischer Astronom, lebte im 2. Jahrhundert, aber seine Auffassung vom Weltall war bis zur späten Renaissance Teil des christlichen Weltbildes. Die Erde war der Mittelpunkt des Universums. Auf manchen Zeichnungen stand Folgendes auf den Außenringen geschrieben. Himmel, Bereich und Wohnstätte Gottes und aller Auserwählten. Warum glaubst du waren manche Menschen über das Sonnensystem von Kopernikus, im Bild rechts, so verärgert? Welche Auswirkung hatte dieses geänderte Weltbild? Islamische Gelehrte wie Ibn Yunis, Al-Tusi, Al-Urdi und Ibn Al-Shatir haben den Grundstein für viele Entwicklungen auf dem Gebiet der Astronomie gelegt. Ibn Yunis, 950 bis 1009, war ein islamischer Gelehrter, der in Kairo gearbeitet hat. Er hat große astronomische Tabellen anhand von jahrhundertenalter Beobachtungen hergestellt. Er hat auch das Pendel erfunden. Nasi Aldin Al-Tusi, 1201 bis 1274, war ein persischer Wissenschaftler, der in seinen Büchern die genaue Bewegung der Planeten und die Position der Sterne aufgeschrieben hat. Dieses Wissen hat auch die Arbeit europäischer Wissenschaftler, wie Kopernikus, beeinflusst. Die Ansichten des Kopernikus wurden von der römisch-katholischen Kirche als Ketzerei verdammt. Erst 100 Jahre nach seinem Tod wurde seine Theorie über das Weltall von der restlichen europäischen Welt akzeptiert. Leonardo da Vinci Da Vinci hat auf dem Gebiet der Wissenschaft etliche Fortschritte erzielt. Nachdem der Papst es erlaubte, begann er Leichen zu sezieren und machte genaue Zeichnungen und Notizen, die von Ärzten und Künstlern gleichermaßen benutzt wurden. Mit den erworbenen Kenntnissen konnten die Künstler realistischere Figuren malen Er zeichnete Pläne für viele Erfindungen wie zum Beispiel Fallschirme, Panzer und U-Boote. Ich frage mich, warum waren manche Menschen aus der Kirche gegen die Sezierung von Leichen? Ich frage mich, gibt es auch heute noch Gruppen, die gegen eine Sezierung sind? Ich wundere mich warum. François Vite Der französische Mathematiker François Vite, 1540 bis 1603, hat Bücher über Geometrie und Trigonometrie geschrieben. Sein Werk stützt sich auf Ideen der islamischen Gelehrten. Zu seinen mathematischen Fortschritten gehören Lösungen zum Verdoppeln eines Würfels und zum dreimaligen Teilen eines Winkels, was sehr nützlich für Ingenöre und Architekten ist. Andere Fortschritte auf dem Gebiet der Mathematik wurden im Handel, im Gewerbe, im Bankwesen, bei Berechnungen in der Schifffahrt und beim Kartieren benutzt. Wechselnde Ansichten der Zeit Ein bedeutender technischer Fortschritt während der Renaissance war die Erfindung der mechanischen Uhr. Bis zum 16. Jahrhundert wurde die Zeit mit Hilfe der Sonnenuhr, der Sanduhr und der von Gewichten angetriebenen Uhr gemessen. Die meisten Menschen richteten ihren Tagesablauf nach dem Auf- und Untergang der Sonne oder nach den Kirchenglocken, die zum Gebet aufriefen. Um 1500 erfand Peter Henlein, ein deutscher Schlosser, eine von Federn angetriebene Uhr, was den Erfindern ermöglichte, jetzt kleinere Uhren zu bauen, stationäre und tragbare. Durch diese Erfindungen war es auch möglich, kleinere Zeitabschnitte zu messen. Die Menschen sahen die Zeit jetzt als etwas, das man in kleinen Abschnitten messen und zählen konnte. Ich frage mich, wie hat das Messen von immer kleineren Zeitabschnitten die Lebensweise der Menschen verändert? Peter Henlein, Brunnen, Nürnberg, Deutschland Peter Henlein erfand die erste Uhr mit Federantrieb. Reflektiere und beantworte Erster Eine Erfindung oder Entdeckung stützt sich oft auf die früheren Kenntnisse anderer Menschen. Erkläre, wie der Beweis des Kopernikus, dass die Erde um die Sonne kreist, auf früheren Kenntnissen beruht. Wähle dir jetzt eine neue Entdeckung aus. Untersuche, welche früheren Kenntnisse nötig waren, um diese Entdeckung oder Erfindung zu machen. Zweiter Zurzeit glauben viele Menschen, dass es keine andere intelligente Lebensform im Weltall gibt. Wie könnte die Entdeckung von intelligentem Leben in einem anderen Sonnensystem das Weltbild der Menschen auf der Erde verändern? Erfinde einen Dialog zwischen zwei Personen. Eine, die an die Entdeckung von intelligenten Lebewesen in einem anderen Sonnensystem glaubt und eine, die nicht daran glaubt. Wie könnte man dies mit der Verschiebung der Weltansicht, von der des Ptolemois hin zu der des Kopernikus, vergleichen? Dritter Wie hat die Erfindung von präzisen Ohren verändert, wie Menschen Zeit definieren und wie sie mit ihr umgehen? Wiederhole ein paar Kommentare, welche über die Zeit gemacht wurden. Welche Werte und Vorstellungen von der Zeit existieren in unserem modernen Weltbild? Wie haben Schriftsteller das Weltbild der Renaissance beeinflusst? Die Monarchien in Europa wurden immer stabiler und mächtiger, sodass sich in den Ländern allmählich eine Art Nationalstolz und eine nationale Identität bemerkbar machte. In der Kirche wurde noch die lateinische Sprache benutzt, aber die Schriftsteller schrieben ihre Werke in ihrer eigenen Landessprache. Das bedeutete, dass die Schreibweise, der Wortschatz und die Grammatik der verschiedenen Sprachen standardisiert werden mussten. Eine einheitliche Sprache trug auch zu einem stärkeren Identitätsbewusstsein der Leser, Sprecher und Schriftsteller bei. Jeffrey Chaucer, 1343 bis 1400 Es gibt keine neue Mode, aber alte Canterbury-Geschichten Verbiete uns etwas, und genau das ist, was wir uns wünschen. Canterbury-Geschichten Geoffrey Chaucer war ein Schriftsteller, der früh auf Englisch geschrieben hat. In seinen Canterbury-Geschichten hat er über die sozialen und politischen Umstände seiner Zeit geschrieben. Es sind humorvolle Geschichten von Pilgern, die auf dem Weg von London nach Canterbury waren. Sir Thomas More, 1478 bis 1535 Sir Thomas More, ein wichtiger Berater des Königs Heinrich VLLL, von England hat sich für religiöse Toleranz eingesetzt. Weil er die römisch-katholische Kirche nicht denunzieren wollte, wurde er vom König zum Tode verurteilt. Wegen seines unerschütterlichen Glaubens an die römisch-katholische Kirche und seinem Willen, dafür zu sterben, wurde er 1935 heilig gesprochen. In seinem Werk Utopia beschreibt er eine heile Welt, in der es keine Sorgen gibt. Er hat das Bildungswesen in England stark beeinflusst, weshalb jetzt mehr Gewicht auf die Geisteswissenschaften und die Ideale des Humanismus zur Zeit der Renaissance gelegt wurde. Mores Werk Utopia war von Berichten über die neue Welt beeinflusst. Die Entdeckung neuer Gesellschaften und deren Weltbilder, die so anders waren als die aus Europa und Asien, brachte manche Denker dazu, über die Möglichkeit neuer Gesellschaften, mit einer anderen Regierung und anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen nachzudenken. François Rabelais, ein wichtiger Schriftsteller der französischen Renaissance, hat die Bücherreihe Pantagruel geschrieben, in der es um die Abenteuer des Riesen Gagantor und seines Sohnes, Pantagruel geht. Auf satirische Weise hat er sich über die sozialen Einrichtungen seiner Zeit, die seiner Meinung nach verändert werden mussten, lustig gemacht. Er wollte seine Leser unterhalten, aber auch erziehen. Seine Werke sind gute Beispiele für das humanistische Bestreben, alle Aspekte der Gesellschaft und der Existenz in Frage zu stellen. Seine Bücher wurden von der Kirche verboten, aber trotzdem überall gelesen. Sieben französische Dichter der Renaissance, bekannt unter dem Namen Pleiade, nach den Pleiaden, einer Konstellation aus sieben gleich hellen Sternen, waren der Meinung, dass die Literatur aus Frankreich auf Französisch und nicht auf Lateinisch geschrieben werden sollte. Sie meinten, die französische Literatur solle die klassische griechische und römische Literatur imitieren. Dieser Auszug weist auf klassische Literatur und die humanistischen Ideale hin, die kennzeichnend für das Werk der Pleiade sind. Aus Hymne der Lautomne, 1555 Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Männer und Frauen sind bloß Schauspieler, sie haben ihren Abgang und ihren Auftritt. Und ein Mann spielt in seiner Zeit viele Rollen. Wie es euch gefällt. Die Gedichte und Schauspiele von William Shakespeare, einem der meistgelesenen Autoren aller Zeiten, werden wegen ihrer schöpferischen Sprache und ihrer tiefen Menschenkenntnis auf der ganzen Welt studiert. Ihre Themen werden in Filmen, Büchern, in der Musik und in Videospielen reproduziert. Seine Werke wurden in viele Sprachen übersetzt. Shakespeare hat für die Menschen aller Klassen geschrieben, aber seine Schauspiele waren bei den unteren Schichten besonders beliebt. Reflektiere und beantworte Erster Wie haben Schriftsteller das Bild der Renaissance beeinflusst? Wie hat das sich verändernde Bild der Renaissance die Themenwahl der Schriftsteller beeinflusst? Zweiter A Was glaubst du, wie hat die Druckerpresse die Schriftsteller der Renaissance beeinflusst? B Wie haben die Schriftsteller der Zeit das Gefühl der Identität und Nationalität ihrer Leser, Bilder, verstärkt? Schaffen das kanadische Schriftsteller heute auch noch? C Denke über Schriftsteller nach, deren Werke du gelesen hast. Wähle jetzt eine einen davon und beschreibe, wie er sie deine Werte und Vorstellungen oder deine Weltanschauung verändert hat. Kurzbiografie Leonardo da Vinci, Mann der Renaissance Wie du bereits gelesen hast, hat der Humanismus zu Beginn der Renaissance die Menschen dazu bewegt, Fragen zu stellen, mit neuen Ideen zu experimentieren und ihr eigenes Potenzial in Betracht zu ziehen. Leonardo da Vinci, 1452 1550 bis 1519, geboren in Florenz, Italien, hatte einen großen Verstand und eine erstaunliche Neugier. Durch seine Arbeit hat er viele mittelalterliche Ansichten verdrängt. Da Vinci und seine unaufhaltsame Neugier bleiben bis heute unübertroffen. Er hat alles in Frage gestellt. Er war ein Meister auf dem Gebiet der Technik, Biologie, Malerei, Bildhauerei, Botanik, Musik, Philosophie, Architektur, Wissenschaft, Mechanik, Erfindung und Anatomie. Der Begriff Renaissance-Mensch bezieht sich auf jemanden, der nicht nur neugierig über alles Mögliche ist, sondern auch ein tiefgehendes Verständnis auf vielen Gebieten besitzt und auch große Werke in vielen Disziplinen vollbringen kann. Viele behaupten, dass Leonardo da Vinci der ultimative Mann der Renaissance ist. Leonardo da Vinci hat neue Verfahren eingeführt und war wahrscheinlich der größte Maler der Renaissance. Viele seiner Bilder sind allerdings unvollendet geblieben oder haben die Zeit nicht überlebt. Ein Werk, das er vollendet hat und das überlebt hat, ist die Mona Lisa. Es gehört zu den schönsten Gemälden, die in der Renaissance entstanden sind. Obwohl da Vinci nur ein paar Bilder vollendet hat, hat er trotzdem einen großen Einfluss auf die Maler der Renaissance ausgeübt. Viele Maler der Renaissance haben seine Methoden studiert und kopiert. Als er an den französischen Hof geladen wurde, nahm er die Mona Lisa einfach mit. Heute noch hängt die Mona Lisa im Louvre in Paris. Da Vinci war Vegetarier, was zu seiner Zeit ungewöhnlich war. Er liebte Tiere so sehr, dass er die in einen Käfig eingesperrten Tiere kaufte, nur um sie danach freizulassen. Die Mona Lisa ist so berühmt. Bilder, dass jedes Jahr über 5 Millionen Menschen in den Louvre strömen, um sie zu sehen. Das letzte Abendmahl, Freske, Leonardo da Vinci, 1495 bis 1497 Architektur, da Vinci hat Kuppeln, Gebäude und Brücken entworfen. Erfindungen Leonardo da Vinci ist für seine Erfindungen berühmt. Er interessierte sich für Bewegungen und Maschinen, zu seinen Erfindungen gehören ein Fahrrad, ein Flugzeug, ein Hubschrauber und ein Fallschirm. Außerdem hat er Pläne für Panzer, U-Boote und Taucheranzüge entworfen. Mit vielen Erfindungen war er seiner Zeit 500 Jahre voraus. Er hat alles genau aufgeschrieben und gezeichnet. Was uns heute von seinen Erfindungen übrig geblieben ist, sind tausende Notizen und Diagramme. Manche seiner Erfindungen wurden nach seinen Plänen konstruiert und sie funktionieren. Anatomie Während er Leichen sezierte, hat er sich alles über die Anatomie des Menschen genau aufgeschrieben. Denk einmal darüber nach, wie leicht es heutzutage ist, eine Antwort auf irgendwelche Fragen zu finden. Vielleicht möchtest du diese Frage beantworten, wie funktioniert der menschliche Körper? Die Antwort kannst du überall finden, in einem Buch, im Multimedia-Bereich, in Leihbüchereien, im Internet oder vielleicht reist du auch in kürzester Zeit durch die Welt, um einem weltbekannten Spezialisten zuzuhören. Jetzt denk darüber nach, was die Menschen zur Zeit Leonardo da Winkes machen mussten, um Antworten zu finden. Stell dir vor, wie viel Mut und Überzeugung die Personen hatten, die sich getrauten, ihre Welt in Frage zu stellen, zu einer Zeit, in der das unerhört war. Etwas in Frage zu stellen war gegen die religiöse Überzeugung und wurde schwer bestraft. Wie haben ihre Überzeugungen das Weltbild der Renaissance geprägt? Leonardo da Vinci war Linkshänder, für die Gesellschaft der Renaissance galt das als etwas Unnatürliches, ja sogar Böses. Er hat alle Notizen von rechts nach links, in Spiegelschrift geschrieben. Mit einem Spiegel kann der Text wie ein ganz normaler Text gelesen werden. Dies deutet darauf hin, dass da Vinci vielleicht Legastheniker war. Reflektiere und beantworte Erste Sucht gemeinsam nach Gründen, warum da Vinci als man der Renaissance bezeichnet werden kann. Zweiter kannst du jemanden von heute finden, der als Renaissance-Person bezeichnet werden könnte, also auf mehr als einem Gebiet etwas geleistet hat. Nenne so viele Personen, wie du kannst. Wähle eine und erkläre, welchen Einfluss sie auf unsere Welt ausgeübt hat. Hat ihr Denken unser Weltbild beeinflusst? Dritter. Wie hat die Studie der großen Denker, wie Leonardo da Vinci, unser Weltbild von heute beeinflusst? Wie haben die Ideen der Renaissance die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systeme verändert? Während der Renaissance fingen die mittelalterlichen Einrichtungen wie der Feudalismus an zu zerbröckeln. Die Bewohner vom Land wanderten in die Stadt und eine neue Mittelschicht des Handels und der Produktion entstand. In dieser neuen Wirtschaft mussten immer mehr Menschen lesen, schreiben und rechnen lernen. Die Lederverarbeitung war ein Handwerk zur Zeit der Renaissance. Die Lebensqualität der Armen verbesserte sich in der Stadt und auf dem Land, aber das Leben der Mittelschicht veränderte sich am meisten. Besonders in den schnell wachsenden Städten trug die aufsteigende Mittelschicht zum Heranwachsen einer auf Handel und Geld basierenden Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft, bei. Bislang ging es beim Handel um den täglichen Bedarf und das geschah durch das Tauschen von Gütern, nicht mit Geld auf einem Marktplatz. Die steigende Produktion und mehr Handelsgüter führten dazu, dass Münzen und Geldscheine immer häufiger benutzt wurden. Es wurde dadurch auch leichter, Güter zu importieren und Fabriken aufzubauen. Durch diesen Handel wurden viele Kaufleute der Mittelschicht so reich, dass sie sich Schlösser, die den Adligen gehörten, kaufen konnten. Wie die Adligen hatten jetzt auch die reichen Kaufleute und ihre Familien, Zeit und Geld, um lesen zu lernen, Musik zu studieren und die Kunst zu genießen. Die Renaissance war eine Zeit, in der viele Menschen neuen Ideen darüber hatten, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte und was sie schätzen sollte. Obwohl die Religion das Leben der Menschen bestimmte, wollten sie doch ihr Leben und ihr Umfeld verbessern. Bisher konnten sich nur der höhere Klerus und die Adligen Luxusartikel leisten, aber jetzt fing auch die reiche Kaufmannsschicht an, sich große Häuser zu bauen und schöne Sachen anzuschaffen. Um ihren Reichtum und Status zur Schau zu stellen, unterstützten sie oft die Künste und den Bau öffentlicher Gebäude. Diese wohlhabenden Schirmherren waren der Meinung, dass eine von Schönheit umgebene Gemeinschaft das Leben aller Bewohner verbessern würde. Obwohl die Religion noch immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen spielte, wurde die Gesellschaft weltlicher und die Bürger konzentrierten sich mehr auf das Leben hier auf dieser Erde. Die einzelnen Menschen fingen an zu erkennen, dass es möglich war, ihre Lebensweise zu verändern, ihren Wohnort und ihren Arbeitgeber zu wechseln. Sie glaubten jetzt nicht mehr, dass ihr Leben bestimmt war, so zu bleiben wie das ihrer Eltern und Vorfahren. Jeder hatte die Möglichkeit, durch harte Arbeit seinen Lebensstil und Stand zu verbessern. Die einzelnen Menschen konnten sich ihre eigene Identität schaffen. Die Renaissance-Familie Die Renaissance-Familie war eine Großfamilie, in der Vater, Mutter, Kinder, Großeltern und Unverheiratete oder verwitwete Tanten und Onkel alle unter einem Dach wohnten. Das Weltbild der Gesellschaft bestimmte die verschiedenen Rollen innerhalb der Familie. Der Vater war das Oberhaupt der Familie. Er kümmerte sich um die Finanzen und den Besitz, fällte alle wichtigen Entscheidungen für alle aus dem Haus. Die Mutter war für den Haushalt zuständig und half ihrem Mann und ihren Kindern, erfolgreich zu sein. Die Familienmitglieder arbeiteten für das Wohl der Familie, ähnlich einem kleinen Familienbetrieb oder einer Farm heute. Das Familienleben wurde geschätzt und gute Beziehungen untereinander waren wichtig. Kinder betrachtete man anders als heute. Es gab für sie keine richtige Kindheit, sie wurden als kleine Erwachsene betrachtet. Sie mussten bei der Arbeit mithelfen und die Autorität des Vaters bis zu seinem Tod respektieren. Während der Renaissance waren die meisten Ehen, mit Ausnahme der Unterschicht, arrangierte Ehen. Das heißt, die Eltern suchten für ihre Töchter Männer, die ihren Wohlstand oder Status in der Gesellschaft verbessern konnten. Ein anderer Grund für eine arrangierte Ehe war eine finanzielle oder politische Allianz zwischen den Familien. Junge Mädchen waren mit 16 schon verheiratet, Männer hingegen warteten oft, bis sie Mitte 30 oder Anfang 40 waren. Ich frage mich, würden einfache Leute sich angesehener fühlen, weil Künstler sie aussuchen, um Szenen aus ihrem Leben zu malen? Kinderspiele Peter Brügel, der Ältere, 1560 Während der Renaissance fingen Künstler an, auch einfache Leute und ihre Aktivitäten zu malen. Welche Spiele oder Tätigkeiten aus dem Bild sind dir bekannt? Frauen der Renaissance Obwohl die Humanisten glaubten, dass alle, Mädchen wie Jungen, ein Recht auf Bildung hatten, war sie doch nur der Elite vorbehalten. Arme Jungen und Mädchen konnten nicht zur Schule gehen und auch die meisten Mädchen aus der reichen Schicht dürften nicht zur Schule gehen und waren sehr abhängig. Gebildete Frauen waren etwas Außergewöhnliches. Die meisten Frauen dürften nach der Heirat nicht mehr weiter studieren. Es gab ein paar Schriftstellerinnen, die sich öffentlich für eine Bildung der Frauen einsetzten. Agrippa von Nettelscheim, 1486 bis 1535, schrieb, dass es zwischen dem Denkvermögen der Männer und Frauen keinen Unterschied gäbe. Andere Frauen, wie Maria de Zayas Y. Sotomayor, eine Adlige aus Madrid, befürworteten eine liberale Bildung für Frauen. Sie schrieb, dass die Erziehung für Frauen über die für ein dekoratives Leben, wie das einer Hofdame, hinausgehen sollte. Manche Künstlerinnen aus dem 16. Jahrhundert, wie Sophonisba Anguissola, wurden wegen ihres Talents anerkannt. Aber diese Frauen waren entweder die Tochter eines Künstlers und hatten an der Seite ihres Vaters gelernt oder sie waren die Tochter eines Adligen, von der erwartet wurde, dass sie sich literarische, musikalisch und künstlerische Fähigkeiten aneignen sollte. Die Frauen von reichen Adligen förderten die Kunst, indem sie Schirmherrinnen wurden. Der Wandel von Ideen zur Religion hatte auch Auswirkungen auf das Leben der Frauen. Anna Biyins, eine Lehrerin aus Antwerpen, Belgien, war eine gute Rednerin, die sich intensiv für den Katholizismus einsetzte. Marie Dentire andererseits war eine ehemalige Nonne und überzeugte Verfechterin der Reform, sie setzte sich für die Rechte der Frauen, zu predigen und die Heilige Schrift zu lehren ein. Obwohl Frauen wie Biyin und den Tiere leidenschaftlich in ihrer Überzeugung waren, dürften sie normalerweise keine Entschlüsse fassen, egal auf welcher Seite sie standen. Christine de Pizan an ihrem Pult, C. 1410-1415 Christine de Pizan, eine französische Schriftstellerin aus dem 14. Jahrhundert, war die erste Frau aus dem Westen, die vom Schreiben leben konnte. Sie wird oft als die erste feministische Schriftstellerin erwähnt. Musiker aus dem 16. Jahrhundert Margarete de Navarre, 1492-1549 Margarete de Navarre spielte in der französischen Renaissance eine wichtige Rolle. Sie war die Schwester von François L., König von Frankreich und gut gebildet. Sie konnte viele Sprachen sprechen, französisch, lateinisch, italienisch, spanisch, deutsch, griechisch und hebräisch. Sie konnte die klassischen Werke lesen und über die Ideen der großen Denker der Renaissance sprechen. Sie war auch eine begabte Schriftstellerin und ist bekannt für ihr Heptamerung, eine Sammlung von Geschichten. Margarete de Navarre hat auch die Kunst gefördert und hat berühmte Künstler, wie Leonardo da Vinci, an den französischen Hof geholt. Sie hat ihren Einfluss genutzt, um Schriftsteller wie Rabelais und de Ronsard, die gegen die Denkweise und Praktiken der römisch-katholischen Kirche verstießen, zu beschützen. Sie glaubte an die römisch-katholische Denkweise, aber auch sie wollte Veränderungen in der Kirche sehen. Sie war der Meinung, die Bibel sollte ins Französische übersetzt werden, damit viel mehr Menschen aus Frankreich sie in ihrer Muttersprache lesen können. Margarete nannte sich selber Ministerpräsidentin der Armen. Sie war bekannt für ihre Güte und Nächstenliebe. Reflektiere und beantworte Erster, in einer Gesellschaft ändern sich die Vorstellungen über Brautwerbung und Ehe ständig. Welche Werte, Einstellungen und Standpunkte gibt es in deiner Gemeinschaft zum Thema Brautwerbung und Ehe? Wie sind sie mit dem Weltbild verbunden? Zweiter, denk über das Leben eines Mädchens oder eines Jungen während der Renaissance nach. A. Vergleiche das Leben eines jungen Menschen aus der Renaissance mit deinem. In einer grafischen Darstellung vergleiche die Bereiche Religion, Familienstruktur, Kunst, Beruf und Bildung. Verbinde deine Beispiele mit den drei Elementen des Weltbildes, soziale Systeme, politische und wirtschaftliche Systeme, Kultur. B. Wie haben sich die Vorstellungen von Kindheit und die Rolle der Kinder in der Familie aus der Zeit der Renaissance bis heute verändert? C. Vielleicht möchtest du die gesetzlichen Rechte der Kinder in Kanada untersuchen. Dritter, erwäge deine Möglichkeiten. Wie kannst du, durch harte Arbeit und die Ausnutzung von Möglichkeiten deinen Lebensstil beeinflussen? Vierter, viele Menschen arbeiten heute ehrenamtlich oder sie spenden Geld für einen guten Zweck. Manche sind Schirmherrn der Künste oder Philanthropen, die Geld für sinnvolle Sachen spenden. Suche nach Beispielen in den Medien. Welchen Aspekt unseres Weltbildes verdeutlichen sie? Gleiche Zeit, anderer Ort. Die Rolle der Frauen, 1390 Italienische Stadtstaaten Im Leben der Frauen hatte sich seit dem Mittelalter wenig verändert. Frauen hatten keine politischen Rechte und sehr wenige dürften zur Schule gehen. Väter hatten komplette Autorität über ihre Frauen und Töchter. Nach der Heirat seiner Tochter gab der Vater die Autorität an ihren Mann weiter. Die Rollen waren streng abgegrenzt. Eine Frau sollte eine gute Ehefrau und Mutter sein. Frauen dürften nur dann alleine wohnen, wenn sie verwitwet waren und eine Erbschaft hatten. Ansonsten mussten sie zu einem männlichen Verwandten oder in ein Kloster ziehen. Im Osten Nordamerikas Die Haudenosaunee First Nations gründeten die Liga der Fünf Nationen, die sich auf ihre Verfassung, das große Friedensgesetz, stützte. Die Verfassung bestimmte, dass Frauen Sippenmütter sein sollten, ihre Aufgabe war, ihre Sippe zu führen und einen männlichen Häuptling zu wählen. Sie waren auch befugt, die Häuptlinge, die das Gesetz nicht befolgten, ihres Amtes zu entheben. Die Frauen wurden respektiert und geehrt, auch weil sie die Verbindung zur Erde und zu kommenden Generationen herstellten. Frauen in vielen First Nations aus Nordamerika hatten eine Machtstellung im täglichen Leben und bei wichtigen Zeremonien. Japan Dem japanischen Weltbild zufolge hatten die Frauen, genau wie die restliche Gesellschaft, strikte Rollen. Auch die Anstandsregeln waren streng, oft dürften Frauen sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Frauen dürften auch keinen Grund besitzen. Bildung Vor der Renaissance lag die Bildung in Europa fast ausschließlich in den Händen der römisch-katholischen Kirche. Es wurde Grammatik, Rhetorik und Logik und natürlich auch Religion unterrichtet. Weil sich zu der Zeit die meisten Bücher Europas in den kirchlichen Bibliotheken befanden, war die römisch-katholische Kirche als ein Bewahrer des Wissens angesehen. Sie brachte den Adligen und dem Klerus das Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Gegen Ende des Mittelalters und während der Renaissance verbreiteten sich die Kenntnisse der islamischen, jüdischen und mancher europäischer Gelehrten auf dem gesamten Kontinent. Gelehrte nutzten diese Kenntnisse, entwickelten neue Ideen und machten Erfindungen. Das Studium der antiken Dokumente und die aus dem zwischenkulturellen Kontakt stammenden Ideen trugen zu einer erstaunlichen Wiedergeburt des Lernens bei. Die Einnahme Konstant in Opelz im Jahr 1204, Jacopo Tintoretto. Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, wird von Kreuzrittern belagert. Gelehrte reisen mit ihren Dokumenten und Kenntnissen nach Europa und führen die Renaissance herbei. Wie hat sich Bildung verändert? Aus diesen Werken und Ideen entstand eine neue Philosophie, die den Wert und das Potenzial eines Einzelnen förderte. Schüler wurden zu guten Bürgern erzogen, damit sie später als Führende ihre Bürgerpflicht in der Gemeinschaft erfüllen. Die Einstellung der Menschen ihrer Umwelt gegenüber war auch von einem Wandel betroffen. Sie legten mehr Wert auf neues Wissen. Anstatt alles, was ihnen gesagt wurde, zu akzeptieren, fingen sie jetzt an, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Renaissancebildung stellt die Grundlage für klassische Bildung an Hochschulen und Universitäten dar, wie das College Saint-Jean, jetzt Campus Saint-Jean aus Edmonton, das zur Universität von Alberta gehört. Während der Renaissance war Latein in Europa die universelle Bildungssprache, weil sie die Sprache der Kirche war. Ich frage mich, was wäre der Vorteil einer gemeinsamen Sprache in Europa? Ich frage mich, welches sind die beliebtesten Sprachen der Welt? Ich frage mich, bewegt sich die Welt heute auf eine gemeinsame Sprache hin? Reflektiere und beantworte. Erster diskutiert in Gruppen, wie das Leben in Europa im Mittelalter unter dem Feudalismus war. Warum gäbe es unter diesem System nur wenige Veränderungen? Zweiter, welche Veränderungen gab es im Leben der Menschen zu Beginn der Renaissance? Wie haben diese Veränderungen im täglichen Leben das Weltbild der einfachen Menschen beeinflusst, ihre Werte und Vorstellungen? Wie das der Adligen? Und wie das der Neureichen? Dritter, wenn du eine Frau aus dem Jahr 1390 wärst, in welcher der drei Gesellschaften, die auf Seite 81 beschrieben werden, würdest du am liebsten leben? Warum? Vierter, deiner Meinung nach, wie hat sich das Leben in der Renaissance allmählich verbessert? Nenne ein paar Beispiele. Wähle ein Beispiel und beschreibe, wie es das Leben der Menschen heute noch beeinflusst, wie es zum heutigen westlichen Weltbild gehört. Fokus auf Forschung Wie haben einzelne Menschen das Weltbild der Renaissance reflektiert und beeinflusst? Viele einzelne Menschen haben zu den neuen Ideen und Praktiken der Renaissance beigetragen. Für die Humanisten stand der Wert des Lebens im Mittelpunkt, was ganz anders als im Mittelalter war, wo die Seele und das Leben nach dem Tod im Mittelpunkt standen. Humanisten meinten, dass Menschen lernen und würdevoll leben sollten, anstatt sich nur auf das Leben nach dem Tod zu konzentrieren. Sich des Lebens auf der Erde zu erfreuen, gehörte zu einem anderen Weltbild und das wiederum führte zu Veränderungen auf dem Gebiet der Kunst, Skulptur, Architektur, Literatur, Politik und Religion. Viele einzelne Menschen haben zu Entwicklungen und Erfindungen auf diesen und anderen Gebieten beigetragen. Bisher wurden nur ein paar Menschen aus der Renaissance beschrieben, damit du dir vorstellen kannst, wie sie andere aus ihrer Zeit beeinflusst haben. Mit weiteren Informationen über Menschen aus der Renaissance könntest du besser verstehen, wie und warum sich das Weltbild in Europa zu der Zeit verändert hat. Eine Biografie ist nicht nur eine Geschichte über das Leben einer Person, sie zeigt auch, wie sie die Welt verändert hat. Benutze dein Forschungstalent Bei dieser Aufgabe wirst du die Sammelfase eines Forschungsprojektes üben. Sammelfase Schritt 1 Einen Fokus finden Suche aus den folgenden Kategorien eine Figur der Renaissance, italienische Maler, flämische und holländische Maler, deutsche Maler, Bildhauer, Architekten, Wissenschaftler und Mathematiker, Gelehrte und Humanisten, Schirmherren, französische Schriftsteller. Schreibe dir Schlüsselwörter zu der Person auf, die du bei einer Suche eingeben kannst. Um nähere Angaben zu der Person zu finden, schlage in deinem Buch oder in einer Enzyklopädie, Textform oder online, nach. Ich frage mich, haben alle Europäer ihre Lebensansicht verändert? Ich frage mich, wie unterscheidet sich das Denken der Menschen aus der Renaissance von meinem Denken? Ausschnitt aus Primavera, Botticelli, 1478 Das ideale weibliche Schönheitsbild, wie wir es bei den Malern der Renaissance vorfinden, kann man auch heute noch in der Kunst, in Zeitschriften, im Fernsehen und im Film sehen. Ist das ein realistisches Ideal? Gilt es für alle? Warum, denkst du, ist es in der westlichen Kultur noch immer beliebt? Suche noch mehr Schlüsselwörter und trage sie in deine Liste ein. Je mehr Schlüsselwörter du hast, desto mehr Informationen wirst du finden. In der Tabelle unten findest du Beispiele von Schlüsselwörtern. Beim ersten Versuch Masaccio, Italien, Künstler, Maler, Italiener, Renaissance Nach dem Verwenden der Enzyklopädie Masaccio, Italien, Künstler, Maler, Italiener, Renaissance 1401 Perspektive, Donatello, Florenz, florentinische Kunst Andere Quellen und Mittel kommen zum Einsatz Wenn du nur ein Buch oder nur eine Webseite benutzt, siehst du die Person nur aus einer Perspektive Um mehr über die Person zu erfahren, wie sie gelebt und was sie gedacht hat, benutzen Forscher vielerlei Quellen Enzyklopädien, Bücher, Beiträge, Artikel, Videos, DVDs, Datenbanken, Interviews und das Internet Manche Quellen sind für jüngere Kinder gedacht, andere nur für Erwachsene oder Akademiker Wähle nur die aus, die dir nützlich sind Arbeite mit einem Partner und wiederholt alle eure Schlüsselwörter Verwendet sie in verschiedenen Kombinationen bei der Onlinesuche, in eurer Schulbibliothek, in Datenbanken und im Internet, um so viele Quellen wie nur möglich zu der Person zu finden Schritt 3 Erstelle eine Liste deiner Quellen Schreib alle Quellen auf, die du und dein Partner finden konnten Reflektieren und Bewertungsphase Welche Aktivitäten muss man in der Sammelfase machen? Was war schwer beim Suchen von Schlüsselwörtern? Was war leicht? Was hast du über das Suchen von Schlüsselwörtern gelernt? Ich frage mich, wie kann ich wissen, ob eine Webseite verlässliche Informationen hat? Kapitel Ende Schlussfolgerung Es gab viele Gründe, warum sich die Ideen der italienischen Renaissance in West- und Nordeuropa verbreitet haben Viele der Hauptverkehrsrouten waren nicht mehr von Krieg bedroht Der Feudalismus ging seinem Ende entgegen und die Monarchien wurden immer mächtiger In der zweiten Renaissance-Hälfte waren viel mehr Reisende unterwegs Der Humanismus animierte zum Fragenstellen und Entdecken Gelehrte aus der islamischen Welt, aus Italien und anderen Gegenden kamen zum Arbeiten und Studieren nach Nordeuropa Das Auffinden und Studieren antiker Schriften in ihrer Urfassung wurde auf dem gesamten Kontinent bekannt Durch die Erfindung des Buchdrucks konnten sich Ideen schneller verbreiten Mehr Handel brachte mehr Reichtum und mehr Kunstförderer Das Weltbild der Renaissance Anhand dieser Zeichnung wird das Weltbild der Renaissance detailliert beschrieben Was würdest du noch hinzufügen? Was ist für die Entstehung eines Weltbildes am wichtigsten? Wie würdest du das Weltbild der Renaissance anhand dessen, was du bis jetzt gelernt hast, beschreiben? Gab es Z.B. gemeinsame Werte über die Bedeutung des Individuums? Der sozialen Klassen? Der Kultur oder Regierung? Welche waren es? Wiederhole und fasse zusammen Erster, schreibe neun oder zehn der wichtigsten Verbreitungswege der italienischen Renaissance nach Nordeuropa auf Zweiter, erstelle eine Zeittafel im Klassenzimmer Schreibe folgende Überschrift Einflüsse auf die Renaissance Füge die Biografien von einflussreichen Menschen hinzu Du sollst zu jeder Person folgendes aufschreiben Name, Ort und Zeit, wo und wann die Person gelebt hat und welche Einflüsse sie auf die Renaissance hatte Dritter, denk über den Anfang des Kapitels nach Genauer gesagt, die Arbeit Weltbild, eine Untersuchung Unternimm jetzt noch einen Streifzug durch die Galerie Zeige, wie besondere Menschen eine Veränderung in der Renaissance-Gesellschaft bewirkt haben Entscheidet in der Klasse, wer in die und Emp, Quad, Hall of Fame und Emp, Quad, aufgenommen werden soll Wer hatte den größten Einfluss auf das westliche Weltbild? Nach welchen Kriterien sollten sie ausgewählt werden? Nach Forschung Vierter, stell dir vor, du arbeitest im Museum der Provinz und bist im Vorstand, der für eine Ausstellung verantwortlich ist Eure Aufgabe ist jetzt eine und Emp, Quad, Hall of Fame und Emp, Quad, der Renaissance herzustellen Jeder aus dem Vorstand muss eine Person suchen, die auf das westliche Weltbild einen großen Einfluss hatte Du musst genügend Informationen finden, um den Vorstand zu überzeugen, dass deine gewählte Person auch in die und Emp, Quad, Hall of Fame und Emp, Quad, gehört Zeige, was du weißt Fünfter, erstelle ein Poster, mit dessen Hilfe du den Humanismus gut erklären kannst Du kannst Wörter, Bilder, Farben, Strukturen oder andere künstlerische Mittel benutzen Gib dir Mühe und Versuche, mit Hilfe von Definitionen, Beispielen und Metaphern die Vorstellung von Humanismus zu erklären Sechster, schreibe einen Paragraf über jede der folgenden Gruppen und erkläre, wie sie die Ideen der Renaissance in Nordeuropa verbreitet haben Philosophen und Denker Künstler Wissenschaftler und Mathematiker Schriftsteller Siebter suche zwei neue Ideen, die aus der Renaissance stammen und erkläre, wie jeder Einzelne das westliche Weltbild verändert hat Wie beeinflusst jede Idee heute unser Weltbild in Kanada? Abschluss Achten Teile Stimmt darüber ab, welche 10 bis 12 Menschen in die und Emp, Quad, Hall of Fame und Emp, Quad, der Renaissance gehören Organisiert eine Zeremonie, um diese Mitglieder aufzunehmen Stellt ihre Bilder in der Klasse aus Neunter Bespreche Der Glaube an die Bedeutung des Individuums verbreitete sich durch ganz Europa Wie kannst du deine Identität beibehalten, aber gleichzeitig für deine Stadt, deine Region oder dein Land ein guter Bürger sein? Zehnter Reflektiere Verbringe ein paar Minuten mit einer persönlichen Reflexion Wie können Ideen anderer Menschen das beeinflussen, was du denkst und glaubst? Nenne drei oder vier Menschen, die dich am meisten beeinflusst haben